Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von Asti, Ihr Partner für Apple Computersysteme und App-Entwicklung. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock. Hiervon begrüße ich unseren Cheftrainer Stefan Böger. Die erste Frage wie immer an dich. Wie fällt dein Fazit auf die Trainingswoche aus und welche Spieler stehen dir am Samstag aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung? Nach dem Nackenschlag am Freitag haben wir uns intensiv Zeit genommen zu analysieren, dieses Spiel auszuwerten, die entscheidende Spielsituation zu bewerten, uns anzuschauen. Im Video nochmal, da geht es natürlich darum, Fehlverhalten aufzuzeigen, aber insbesondere natürlich, wie kann man das in Zukunft besser lösen. Also Analyse stand im Mittelpunkt, genauso natürlich wie dann das Training. Für meine Begriffe die ersten Trainingstage sehr intensiv, Montag, Dienstag, Mittwoch. Die Jungs haben prima mitgezogen, da war Feuer drin, da war Begeisterung drin. Wir haben sehr ernsthaft und konzentriert gearbeitet auf das hin, was uns am Samstag erwartet. Und ja, jetzt haben wir heute das Training noch und morgen das Abschlusstraining. Ich hoffe, dass wir die Konzentration hochhalten können, um dann am Samstag das mit ins Spiel zu nehmen. Nicht dabei sind nach wie vor Nils Teixeira, der mit seinem Virus ausfällt und kurzfristig krank gemeldet haben sich Alban Sava und Sinan Tekerci. Da müssen wir mal gucken, morgen früh haben die nochmal eine Untersuchung bei unserer medizinischen Abteilung, ob wir den einen oder anderen mitnehmen können nach Rostock. Wie stellst du deine Mannschaft in Anbetracht der sportlichen Situation auf das Spiel in Rostock am Samstag ein? Wir sind uns einig darüber, dass es so nicht weitergehen kann. Dass wir es schaffen müssen, 90 Minuten konzentriert zu sein, konzentriert zu spielen, beharrlich zu sein im Abwehrverhalten, hochkonzentriert in der Offensive zu arbeiten, dass wir mehr Torchancen erarbeiten, um auch Tore zu schießen. Und das vor allem als Mannschaft zu tun, dass wir kompakt stehen in der Defensive, aber auch kompakt nach vorne arbeiten, dass alle sich daran beteiligen, dass alle im Spiel sind und das haben wir besprochen. Und die Trainingseindrücke geben Anlass zu Optimismus und wie gesagt, das mitzunehmende Spiel, darauf wird es ankommen. Dass wir absolut dagegenhalten, wer diese Duelle kennt, Dresden, Dresden, Rostock, weiß in etwa, welche hitzige Atmosphäre zu erwarten sein wird auf dem Feld, außerhalb sicher auch, aber insbesondere, was uns interessiert, auf dem Platz. Dessen müssen wir uns bewusst sein und die richtige Einstellung finden, da gut dagegen zu halten. Das ist ein grippaler Infekt, hat sich nicht gefühlt, ist heute Morgen zum Arzt und hat sich für den heutigen Trainingstag abgemeldet. Ich glaube schon, dass es nicht einzig und allein um die letzten Sekunden oder Minuten geht, sondern um unser generelles Spiel. Dass wir es schaffen, wirklich über 90 Minuten konzentriert zu arbeiten, zu laufen, uns zu bewegen, Tempofußball zu spielen, den Gegner aggressiv zu attackieren und unsere Chancen zu suchen. Also ich würde mal wegkommen wollen davon. Das sind situative Dinge, die bei Standards zum Beispiel passiert sind zuletzt, über die wir geredet haben, wie man es dann eben besser lösen kann. Ich hatte es schon angesprochen, da ist ja halt die Frage der Zuordnung im Strafraum, ob ich dann in dem Moment, wenn elf Gegenspieler da gegenüberstehen würden, wenn es nochmal so käme, dann vielleicht den Pfosten aufzulösen und Mann gegen Mann zu spielen, um sich da entsprechend zu wehren. Das ist so ein Beispiel. Aber es geht eher um etwas Generelles, dass wir wieder als Mannschaft kompakter auftreten insgesamt. Das meinte ich mit Analyse. Wir haben mit Einzelspielern natürlich gesprochen über die sportliche Leistung, aber über auch andere Themen. Wir haben das mit dem Mannschaftsrat getan und auch mit der ganzen Mannschaft. Und da gehört Dennis Erdmann natürlich dazu. Wir haben uns ausgetauscht und sein Verhalten nochmal kritisch uns angeschaut. Er ist da sehr selbstkritisch, hat sich auch beim Trainer und bei der Mannschaft entschuldigt für sein Fehlverhalten. Das ist auch zwingend notwendig gewesen, glaube ich. Das weiß der Junge und dementsprechend sind wir da im Austausch. Grundsätzlich sind das Themen, die intern behandelt werden, wie wir als Mannschaft, wie wir als Verein mit derartigem Fehlverhalten umgehen. Das gehört für meine Begriffe nicht in die Öffentlichkeit. In unserer Situation ist es sicher kein Nachteil, mal nicht als Favorit an der Ostsee zu reisen. Beide Vereine, beide Mannschaften haben zuletzt sicher nicht so gepunktet, wie sie sich das vorgestellt haben. Die Rostocker, die ich jetzt in Cottbus nochmal sehen konnte, eine sehr kompakte, eine kampfstarke Mannschaft, die in der Lage ist, aus dem gewonnenen Ball auch schnell umzuschalten und über schnelle Flügelspieler zum Erfolg kommen will. Der Kollege Weichert schaut jetzt weg gerade, der beschäftigt sich mit anderen Dingen, der war damals dabei. Wenn ich das richtig erinnere, hatten wir in dem ersten Bundesliga-Jahr eine tolle Mannschaft zusammen, wo ein ausgeprägter Teamgeist da war, wo wir einen sensationellen Start hatten in die Saison, mit zehn, zwei Punkten Tabellenführer waren, zweimal in der Saison Bayern München geschlagen haben, aber auch mit dem bitteren Ende des Abstiegs damals. Und ja, das ist in etwa das, was auf dem Platz gelaufen ist, Dinge anders, die sonst gewesen sind. Ich meine, dass es auch eine Situation war, die neu war, die Mannschaft das erste Mal in der Bundesliga nicht genau wusste, wo sie steht, wo sie sportlich steht, wie sie mit den Randerscheinungen umgehen kann. Und da haben wir auch im Laufe des Jahres viel Lehrgeld gezahlt. Also es gab bisher zwei Sicherheitsberatungen, eine im Oktober, an der auch der kaufmännische Geschäftsführer Robert Schäfer teilgenommen hat, Fan-Beauftragten, alle Sicherheitsträger, Furt und Rostock, Landespolizei, Bundespolizei. Und im November gab es eine zweite Sicherheitsberatung, an der ebenfalls wir teilgenommen haben, Hansa Rostock. Das Spiel ist also gut vorbereitet. Im Sommer gab es ja schon den Anstoß von unserer Seite, als wir hier in Dresden alle Ostmannschaften der dritten Liga eingeladen haben und zusammengekommen sind. Da gab es eine zweite Auflage dann in Halle. Also der Austausch ist sehr intensiv gewesen, seit dem Sommer. Ich denke, dass die Partie in Rostock, wir sind halt nicht Hausherr, sondern das ist der FC Hansa Rostock, die tragen dafür die Verantwortung und wir haben das von unserer Seite so weit unterstützt, wie wir es konnten. Und ich denke, dass wir zusammen mit der Polizei und Hansa Rostock gut vorbereitet sind auf das Spiel. Trotz dessen haben wir natürlich alles unternommen, indem wir auch einen offenen Brief zusammen veröffentlicht haben, indem wir an beide Fanlager appelliert haben, sich auch in Anbetracht dessen, dass beide Vereine unter Bewährung spielen, entsprechend verhalten. Wir werden selbst 30 Ordner mitnehmen, also eine große Anzahl. Und wie viel jetzt beim FC Hansa Rostock im Stadion im Einsatz sind, weiß ich nicht. Also wir empfehlen eine individuelle Anreise mit PKW. Da gibt es auch auf der Webseite eine ausführliche Fan-Info dazu, wo wir unseren Anhängern empfehlen, also über welchen Weg anzureisen ist. Und es gibt einen Sammelpunkt am Hauptbahnhof, das ist ein abgetrennter Parkplatz für Dynamo-Fans sozusagen, wo sich gesammelt wird und dann wird per Shuttle-Busse sozusagen zum Stadion gereist und wieder zurück. Das gilt auch für die Fans, die mit dem Zug anreisen, die werden da gesammelt und dann zum Stadion gebracht. Wir empfehlen also keine Anreise mit dem PKW zum Stadion. Auf dem Papier ist das so. Für uns ist, glaube ich, jedes Spiel ein Highlight. In der dritten Liga spielen so können in der geballten Qualität, die da ist in der dritten Liga. Aber ich gebe Ihnen recht, das ist ein Traditionsduell. Da kommen zwei Vereine aufeinander, die schon ein bisschen was erlebt haben. Und was mich persönlich angeht, kann ich diese Themen gut für mich ausblenden. Wie es den anderen damit geht, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber es ist offensichtlich eine besondere Situation. Man erlebt es in den Tagen vorher jetzt, dass man hier und da was hört oder liest. Ich glaube, wenn es uns gelänge, uns auf das Wesentliche zu besinnen, nämlich unseren sportlichen Teil, sind wir erstmal gut beraten damit und alle anderen Dinge können wir ohnehin nicht beeinflussen. Das, was wir beeinflussen können, ist die Leistung auf dem Platz und die wollen wir bringen. Und alles andere, gibt es andere Leute dafür, die sich darum kümmern. Kann ich nicht sagen. Nein, habe ich nicht bei mir. Ich kann mich nur erinnern, dass es immer rasante Duelle waren, ganz klar. Ja, am Samstag wäre ein bisschen lang. Wir müssen um sechs Uhr losfahren oder um fünf oder wann. Also deswegen fahren wir morgen. Wir haben uns entschieden, unser Abschlusstraining hier zu machen, in aller Ruhe so zu gestalten, inhaltlich auch noch ein bisschen was zu machen, was unserer Mannschaft gut tut. Dann uns auf den Weg zu machen, sodass wir im Laufe des Nachmittags dort sein werden und die Vorbereitung dort anfangen. Weitere Fragen? Noch mal ein Blick in die Runde. Nicht der Fall. Dann von mir noch ein paar weitere Infos zum Spiel. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr. Die Stadiontore in Rostock öffnen um 12 Uhr. Wir rechnen mit 2400 Fans im Gästeblock, die aus Dresden anreisen. Insgesamt rechnet der FC Hansa Rostock mit etwa 20.000 Zuschauern. Das Stadion ist damit ausverkauft. Die relevanten Faninfos, das sagte ich bereits, finden alle Dynamo-Fans, insbesondere was die Anreise betrifft, auf der Website. Da wird noch mal erklärt, dass am Hauptbahnhof sich getroffen wird. Das gilt insbesondere für die, die individuell mit dem PKW anreisen. Der Schiedsrichter steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Kommt erst am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr. Die Nachwuchsmannschaften der SG Dynamo Dresden spielen wie folgt. Die U23 hat Heimspiel am Sonntag 13 Uhr gegen den FC Einheit Rudolstadt im Heinz-Steier-Stadion. Die U19 hat ebenfalls Heimspiel Samstag 11 Uhr Hertha BSC im Stadion an der Bodenbacher Straße. Die U17 spielt zu Hause Sonntag 12 Uhr gegen Energie Cottbus im Stadion Bodenbacher Straße. Und die U15 spielt auswärts Sonntag 13 Uhr bei Südeixfeld Annabergstraße in Rodeberg. Gute Anreise nach Rostock. Bis dahin. Tschüss. Gute Anreise nach Rostock. Untertitelung des ZDF, 2020